Nach ein paar Problemen, sicherlich in der einen oder anderen Szene, hat er sich das verdient. Bisschen glücklich, glaube ich, dass er da unter dem Torwart den Ball noch irgendwie durchkriegt. Ist gar nicht, ob der reingegangen wäre ohne den Torhüter. War sicherlich ein bisschen glücklich, freu mich für ihn natürlich auch. Er hat ein sehr engagiertes Spiel gemacht, war sein erstes Länderspiel, macht gleich das entscheidende Tor. Das ist natürlich klasse. Er hat im Training einen guten Eindruck gemacht auf mich.